So Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wirklich keine Fata Morgana, es ist auch kein, ich sag mal, Glitch in der Matrix, es ist tatsächlich soweit, wir sind wieder zurück nach einer doch relativ langen Durststrecke und auch nur, glaube ich, einer einzigen Folge während der letzten Tourgeschichte unsererseits. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich erstmal bei allen entschuldigen, die uns schmerzlich vermisst haben, aber wir sind back, back so wie Take That, back wie die Backstreet Boys und wie NSYNC, wir sind wieder am Start, Elektro-Ghetto, der beste Podcast der ganzen Welt und meine Wenigkeit ist Bushido und ich bin hier mit Marvin, Hallescher FC, Kalifornien und Start. Marvin, was geht ab, Bro? Was geht ab, was geht ab, was geht ab. Wir sind beide in Deutschland, gleiche Land, aber nicht gleiche Bundesland auf jeden Fall und haben uns aber hier trotzdem natürlich wieder versammelt für die beste Community, wie du schon gesagt hast. Sorry auf jeden Fall für die nur sporadischen neuen Folgen an der Stelle. Nehmt ein bisschen, habt ein bisschen Nachsicht bitte mit uns, denn wir sind natürlich hier schwer beschäftigt auch mit den großen Bühnen Deutschlands. 12 von 14 Tour-Terminen liegen jetzt mittlerweile hinter uns. Crazy, Alter, ja, crazy. Also ich muss auch natürlich sagen, dadurch, dass das auch so das allererste Mal war, dass ich so etwas auch nur annähernd mitmache, ist das auch irgendwie etwas, was so ein paar Tage auch braucht, um so zu sacken. Ich weiß gar nicht, ob dir das auch noch so geht nach all den Jahren, aber es ist ja auch deine bisher größte Tour. Wenn du jetzt überlegst, so, yo, von der allerersten Besprechung dieser Tour bis zu jetzt nach Termin 12, schon auch ein wilder Ritt für dich wahrscheinlich auch gewesen, oder? Also ich habe ja auch schon öfter darüber geredet. Im September bin ich so in die Tourplanung reingestolpert. Die Zahlmann-Konzertbüro-Agentur ist auf mich zugekommen. Wir haben gesagt, okay, lass machen. Wir sind dann in den Vorverkauf gestartet, der überraschend positiv lief. Wir haben schon die ersten Hallen ausverkauft und so und es war alles aber noch sehr weit weg. Ja, okay, September, naja, haben wir noch sechs Monate, easy. Dann wurden fünf Monate draus, vier Monate draus. Dann war irgendwann Weihnachten, Neujahr. Ich sitze in Dubai, ich denke mir so, egal, noch drei Monate, alles cool. Wir hatten zumindest ja schon mal die Trackliste ungefähr am Start gehabt und je näher so dieser ganze Termin rückte, umso unentspannter wurde ich auch, muss man ehrlich sagen, weil viele Leute sagen natürlich, okay, es ist wie Fahrradfahren, es ist aber irgendwie doch nicht wie Fahrradfahren, weil Fahrradfahren ist einfach nur Lenker festhalten, Pedale drücken und halbwegs das Gleichgewicht halten. Das verlernt man nicht. Ich denke mal, bei einem Auftritt kann das ein oder andere auch mal echt schief gehen, auch nach so langer Zeit. Die Songs lange nicht mehr performt, einige Songs zum allerersten Mal performt, auch im Vorfeld nicht so viel Zeit gehabt, jetzt auch mit Muster zu üben. Du bist aus Amerika, glaube ich, einen Tag vor der ersten Probe bist du praktisch kompletter Kaltstart in Berlin angekommen. Du bist im Hotel auf mich zugelaufen. Ich hatte dich erst gar nicht erkannt, weil ich hatte dich noch ganz anders in Erinnerung gehabt und so. Es ist auch schon einige Jahre her, dass wir uns das erste Mal oder das letzte Mal gesehen haben. Es war irgendwie alles so surreal. Und dann bin ich so in die Probe gestolpert. Da hat doch alles gut funktioniert. Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und ich wusste, egal wie sehr man sich jetzt im Vorfeld den Kopf macht, wenn es dann am Donnerstag, am 21. Dritten dann losgeht, dann werden wir alle gut funktionieren. Und toi, toi, toi. Es hat alles sehr gut funktioniert und ich muss ehrlich sagen, also auch für mich als alter Hase, sowohl auf mein Alter bezogen, als auch natürlich auf meine Bühnenerfahrung bezogen, ist es immer noch etwas gewesen, was mich extrem umgehauen hat, muss ich dir echt sagen. Also positiv. Es hat mich so sehr berührt, dass ich teilweise auch in Köln dann auf der Bühne stand und dann irgendwie so beim Performen dann irgendwie so hochgeguckt habe und diese unendliche Masse an Menschen gesehen habe und mir echt überlegt habe, krass, so letztes Mal auf der Bühne und da bin ich schon echt traurig geworden, muss man echt dazu sagen. Ja, wir haben ja das letzte Mal uns hier podcasttechnisch zusammengefunden nach den ersten sechs Terminen. Jetzt sind nochmal sechs dazugekommen. Und ich muss auch sagen, wir hatten den schönen Auslandsritt mit drin, der auf jeden Fall auch nochmal eine ganz, ganz besondere Erfahrung war, auch für mich halt logischerweise. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal als Highlight herauskristallisieren wollen, Hamburg einfach, Alter. Hamburg war unfassbar. Also ist jetzt auch definitiv auch in meiner Top 3 drin. Also meine aktuelle Top 3 jetzt nach zwölf Terminen ist 1. Leipzig logischerweise, 2. dann Hamburg und 3. Köln, weil Hamburg hat ja auch einfach den Lautstärke-Rekord gebrochen, den vorher Berlin eisern gehalten hat, über mehrere Wochen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, ist sogar 135, was der Rekord war, ist glaube ich sogar das Maximum, was dieses Gerät messen kann. Das heißt, höher geht es gar nicht. Also ich glaube... Krass, das höre ich gerade zum ersten Mal, aber es würde wahrscheinlich auch erklären, warum das auch der einzige Termin war, der dann auch wirklich so 0,0 gewesen ist. Richtig, genau. Ich glaube tatsächlich, das ist das Maximum. Das heißt, lauter als Hamburg geht es gar nicht. Ich überlege dir das mal, ist so geisteskrank. Also Hamburg war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Überhaupt die ganze Tour ist der Wahnsinn. Also alle Menschen, die uns da entgegenkommen, so viel Liebe. Auch geile Leute, die so einfach die Tour besuchen. Also DJ Ötzi war jetzt da. Habe ich auch nur dann nur mitbekommen, weil der dann halt auch einfach mal mit im Backstage, und ich dann war nach dem Konzert, ich dachte mir so, warte mal, die kennst du doch irgendwoher. Ey, krass, DJ Ötzi einfach, ja. Und dann logischerweise, der Bürgermeister von Wien hat sich auch selbst die Ehre gegeben. Moneyboy war einfach da, ja. Alter Schwede, Wahnsinn. Also sehr starstruck hier. Ja, es waren ja noch viel mehr Leute da, aber letztlich so, ich bin jetzt auch niemand, der hier irgendwelche Promis an die Glocke hängen muss. Alle, die da waren, natürlich herzlich willkommen, hat Spaß gemacht. Moneyboy ist natürlich auch eine persönliche Geschichte. Ich mag ihn sehr gerne, wir sind seit langer, langer Zeit in Kontakt. Er hat ja auch eine goldene damals für Classic auch bekommen, also er ist echt ein Dude von mir, eine Homo. Und ja, mit Ötzi alles cool, wir haben auch immer mal wieder Kontakt gehabt. Seine Tochter war beim ersten München-Konzert dabei, er war selber zu der Zeit auf Tour und hat dann gesagt, hey, in der zweiten Rutsche München komme ich auch nochmal selber vorbei. Hat mich natürlich auch sehr gefreut. Guck mal, eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen. Dieses Ganze, wer ist lauter, wer ist leiser, wer ist größer, wer ist kleiner, das ist natürlich, ich sag mal, auf die Quantität bezogen, hat das natürlich eine Aussage. Aber, und auch diesen, ich sag jetzt mal, dieses Lautstärke-Messen, das ist ja auch nur so ein kleines Gimmick, was wir uns da halt mit ausgedacht haben. Es ist wirklich so, natürlich ist jetzt Hamburg erstmal per se die lauteste Stadt. Gönne ich Ihnen auch 100 Prozent und erinnere dich dran, ich habe dir und Musa gesagt, hinter der Bühne sozusagen, wenn es jemand schaffen kann, dann ist es auf jeden Fall Hamburg. Ich kenne Hamburg, Hamburg ist wirklich ein Monster. Ich habe immer geile Konzerte dort gehabt und deswegen haben sie mich nicht hängen lassen. Damit will man aber nicht sagen, dass jetzt beispielsweise Berlin auf Platz zwei auch nur zweiten Platz in dieser Geilheit irgendwie erreicht hat. Oder auch Leipzig, wir dürfen Leipzig bitte nicht links liegen lassen. Leipzig, unglaublich. Dann kommen wir aber zum nächsten Punkt. München war auch geil und München, musst du dir vorstellen, wir haben München ausverkauft und beim zweiten Konzert hatten wir, ich glaube, von 10.000 Tickets haben wir knapp 9.000 Tickets auch nochmal verkauft. Das heißt, das darf man auch nicht unterschätzen, insgesamt 17.000 Menschen, die in München gesagt haben, wir kommen. München war übrigens auch die erste Stadt, die auch auf dem offiziellen Ticketverkauf als schnellste Stadt ausverkauft war. Dann nach Frankfurt, Bruder, Frankfurt war auch mega. Oberhausen, geil mit den Leuten, die alle umgekippt sind. Dann Köln, brauchen wir nicht drüber reden. Zürich, immer eine Reise wert, muss man auch sagen. Zürich, mega geil. Luxemburg, kein Schwanz hat Luxemburg auf dem Zettel. Wir kommen da an, die Halle ist voll, die Leute haben Bock, die Leute kennen die Songs, machen mit. Also auch Luxemburg natürlich mit einem Viertel an Menschen aus Berlin, immer noch geil. Und dann natürlich auch die zweite Rutsche Berlin, dürfen wir nicht vergessen. Zweite Rutsche München, dürfen wir nicht vergessen. Und dann natürlich erstmal der Abschluss des ersten großen Blocks, war ja dann auch Wien mit Moneyboy auch und so. Wien auch mega cool. Und jetzt haben wir noch Mannheim am Montag vor uns und Stuttgart. Auch zwei Städte, die dürfen wir überhaupt nicht vernachlässigen. Und deswegen will ich jetzt gar nicht so großartig mit wer erster, wer zweiter, wer ist dritter. Ich fand generell nochmal, um da nochmal einen Schnitt zu ziehen, mega geile Tour, super gute Laune, muss ich dir sagen. Wir alle intern haben, glaube ich, echt alle gute Laune gehabt. Das Publikum war extra geil, muss man wirklich sagen. Keine Stresser, keine Abfucker, keine Idioten aus der fünften Reihe, die irgendeinen Scheiß rufen oder Arschloch oder sonst. Alle total diszipliniert. Erinnere dich daran, wenn jemand im Publikum umgekippt ist, jede Stadt hat sofort die Rettungsgasse gemacht. Alle haben Platz gemacht. Selbst, und das ist halt auch krass, selbst als ich die Handtücher ins Publikum geworfen habe, früher haben die sich wirklich geprügelt, da gab es dann Streit. Die haben natürlich drum gezogen, aber letztendlich hat da noch einer nachgegeben. Deswegen muss man wirklich sagen, in allen Belangen war die Tour, das Publikum, unsere Gäste, wir. Es war einfach so cool und so schön, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass ich das auf meine alten Jahre noch erleben durfte. Und natürlich auch schön, dann auch mit dir und Musa auch jemanden zu haben, mit dem ich dann auch das erste Mal auf der Bühne stand, dass ihr das auch nochmal miterleben konntet. Und ja, einfach geil, was euch da zu sagen. Ohne Scheiß, also so eine geile Erfahrung, Alter, ohne Mist, ja. Und jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Pause, aber du warst auch in dieser Pause bisher schon umtriebig, denn wie man unschwer gesehen hat, in sowohl deiner Instagram-Story als auch in Orkan Chase' Instagram-Story hast du ein Musikvideo gedreht zu einem Song, der dann, glaube ich, direkt auch, ja, ich glaube, wir schaffen es, die Donnerstag hochzuladen. Das heißt, heute Nacht kommt der Song direkt, ja. Ist das dann die erste offizielle Single zum neuen Album halt, ne? Also ich würde mal sagen, es ist die theoretisch zweite Single nach Dark Knight. Aber ich denke mal, so die erste Single, die sozusagen wirklich im, ich sag mal, im sehr engen Zeitraum zum Album jetzt released wird, ne? Also Dark Knight war jetzt September. Zwischen Dark Knight und Bush Khalifa liegen jetzt ungefähr sieben Monate. Ja. Und vielleicht sogar fast acht Monate, wenn wir einen, ja, gut, sieben Monate, da kann man schon so ein bisschen das Gefühl für die erste Single verlieren, durch diesen Zeitraum dazwischen. Aber Dark Knight ist natürlich auch auf dem Album drauf und Bush Khalifa dementsprechend der zweite Song des Albums, aber sozusagen die erste Single zum, ich sag jetzt mal, Start des Album-Releases, ja. Was können die Leute erwarten? Wird es ein aggressiver Song? Wird es ein Liebessong? Eine Ballade, eine Ballade, eine Hommage an Dubai, wobei man, wobei man sagen muss, Dubai ist einfach so nice, Alter, Dubai hätte auf jeden Fall jede, jede Hommage dieser Welt verdient. Nein, ich denke mal, der Song wird von dem einen oder anderen schon eher als etwas, ich sag mal, vulgärer auch eingeordnet. Das ist kein Song, der im Radio laufen wird, das ist auch kein Song, den ich meinen Kindern vorspielen würde. Der Song fängt direkt auch gleich, also mit einem ganz ekligen Ausdruck an und ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon mal in Zürich drüber gesprochen, da werden halt auch der ein oder andere wird halt erwähnt, vor allem ein Typ, der sich auch wieder echt so unglaublich über mich geäußert hat in seinem komischen Stream-Highlight und sowas alles. An dieser Stelle, ich F, seine M und ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihm einfach eine DM schreibe, weil ich meine, so als so ein Abschaum, so eine Sachen von sich zu geben. Aber gut, ich glaube, der hat auch die Sticheleien auf der Bühne nicht ganz vertragen. Nee, glaube ich auch, mit der einen Silber, also A natürlich, ich wollte gerade sagen, natürlich auf jeden Fall, da steckt man ja nicht drin, so wie Sinan G in einer Volljährigen, aber natürlich ja auch dieses Lautstärke-Messgerät, das natürlich auch viel zu klein ist, als dass er das irgendwie merken würde, wenn er sich das in seinen Arsch schieben würde. Aber ja, den habe ich schon lange auf dem Zettel, der bleibt doch auf dem Zettel, Alter. Er und sein Bruder auf jeden Fall. Okay, geil. Ich glaube, dann können sich die EGJ-Fans auf jeden Fall auf einen aggressiven neuen Track freuen und dann ist ja auch die Vorfreude nicht mehr ganz so lang. Ziemlich nice, Alter. Und vor allem, und da bin ich selber sogar drauf gespannt, weil jetzt ist Mittwoch, wir nehmen den Song auf, wir nehmen den Podcast auf, sozusagen einen Tag bevor wir ihn hochladen. Ich habe auch noch nichts vom Video gesehen und Orkan hat sich für das Video, es ist Real Talk, ne? Das ist immer Orkan, ja, das ist irgendwie immer bei ihm so, last minute, aber irgendwie funktioniert es anscheinend, ne? Ja, vor allem, ich frage ihn auch gar nicht mehr, ne? Nee, nee. Und Orkan hat sich diesmal auch ein bisschen was ausgedacht, ne? Also er wollte jetzt auch mal so ein bisschen weg aus diesem, ja, ihr macht ja immer nur das Gleiche und so. Ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen angefixt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihm gesagt, Bruder, ich küsse deine Augen, ich hoffe, das wird kein Experiment. Aber das, was ich so an Fotos gesehen habe, die Glenn gemacht hat, und Glenn war ja auch, der ist ja direkt dann von Frankfurt nach Berlin gekommen an dieser Stelle. Liebe Grüße an Glenn, super cooler Fotograf. Und ja, jetzt mal gucken, was Orkan da so fabriziert. Song ist hochgeladen. Samra, Geständnis, neuer Song, ja, von Samra auf jeden Fall gut angenommen wurden, ja, gute Resonanz. Auf dem Song, ich weiß nicht, hast du den gehört? Samra, Geständnis? Da gibt es eine Stelle, Zitat, da rappt Samra folgendes. Dicker, ich bereue meine Zeit bei Anis, unterdrückt und als Dank dafür gar nichts verdient, aber gäbe es keinen Bushido, gäbe es vielleicht keinen Tony, gäbe es vielleicht keinen Lukas, keinen Kordi oder Sony. Ich weiß nicht, wer die ganzen Leute da sind. Das ist wahrscheinlich so Lukas Piano und noch irgendwelche anderen Leute oder sowas. Also es ist irgendwie Props und Diss in einem. Das hat man auch nicht so oft gehört. Was sagst du dazu? Wie ist da aktuell der Stand der Dinge? Ist Samra für dich genauso eine Person non grata wie Kapi oder? Ja, ja. Ja, ist genauso? Ja, ja. Würdest du schon so sagen? Samra ist auch ein falscher 50er. Weißt du, ich meine, weil bei Kapi war es wenigstens so, Kapi hat von Anfang an natürlich so sein eigenes Ding auch mitgebracht. Samra ist bei mir sozusagen überhaupt erst geboren worden. Er wurde weder unterdrückt noch irgendwas anderes. In der Zeit, in der er ohne Arafat irgendwie mit mir Musik machen konnte, das war zu Zeiten von Rohdiamant, hat es super funktioniert. Ich habe ihm angeboten, habe ihm die Hand gereicht. Er hat sie dankend eigentlich angenommen, weil er halt ein Betrüger ist und er wahrscheinlich eh schon vorhatte, das Ding dann anders zu drehen. Er hat dann irgendwann gesagt, er will irgendwie raus aus dem Vertrag, weil er hat Angst vor Arafat offiziell. Dem bin ich nachgekommen. Also, verstehst du, ich habe ihn gehen lassen, ohne dass er irgendwas zahlen musste, sonst irgendwas. Danach hat er seine Musik gemacht. Ich scheiße auf ihn. Der wird heute Abend auf dem Song gedisst, Alter, so. Und dann ist das Statement für mich genug. Und es ist wirklich Zufall, dass das alles jetzt so gut passt, weil er hat ja auch bei Savas irgendwie eine große Fresse gehabt, so dass aus einem Giftgrünen B wird irgendwie ein Giftgrünes V oder irgendwie sowas habe ich mitbekommen. Und ja, Diggi, ich habe da heute Abend mein Statement und das war es in Sachen Samra für mich, ganz einfach. Ja, wirklich schade, weil, wie du schon sagtest, Samra ist einer der Künstler, und da gibt es viele Künstler, die bei dir richtig den Durchbruch hatten. Der hatte seine erste Eins bei dir, der hatte seine ersten Charterfolge bei dir. Vorher kannte man den nur als Sidekick von Mert und kurz war er mal bei Alpergan. Das vergessen viele. Im Kofferraum, ja. Genau, das vergessen viele, dass nicht die Kappi-Samra-Zeit zusammen dann Samra sozusagen von No Name zum Star gemacht hat, sondern die beiden zusammen waren dann Stars und haben sich zusammengetan und haben dann als zwei Stars rasiert halt. Zumindest kommerziell gesehen. Ja, über Mucke kann man sich natürlich immer streiten, das ist Geschmackssache. Genau. Genau. Aber gut, dann haben wir auf jeden Fall auch über diese Lines geredet, vom Song von Samra. Genau, Leute. Vielen, vielen Dank für alle, die reingeschaltet haben. Sorry für die etwas längere Pause, aber ab jetzt hoffentlich wieder im Wochenrhythmus. Und an alle, die uns supporten, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Und dann auch an alle, die auf Tour waren, danke, dass ihr da gewesen seid. DJ Marvin, DJ Musa und Bushido, alles Gute, Elektro-Ghetto der Podcast. Bis nächste Woche. Peace. Bis zum nächsten Mal.